Was denkt ihr, wie sind die Chancen, dass ich jetzt einen epischen hole, Chat? 2%? 5%? 3%? Ey, ich hasse euch so sehr. Oh, ein Big, ein Big Juggie, ein Jig-Jugger, ein Jiggender-Jugger. Hater würden jetzt sagen, bau dich doch erstmal ein. Aber ich sage, scheiß auf die Hater. Gib mir meinen Jig-Jugger-Jug-Jackson. Man, das ist ja extrem cool von mir gesagt, muss man sagen. Holy shit. Ich habe gar kein Sturmgewehr. Das ist kein Sturmgewehr. Aber das da. Aber das da ist ein Sturmgewehr. Und was für eins. Richtiges Pressure. Richtiges Pressure-Sturmgewehr. X, X, X. X, 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 X. Sprinte. Ah, ah. Alter, so gut gebaut. Junge Chats. Wovon wurdet ihr da gerade Zeuge? So, den hier nehmen wir uns. Boah, dicke. Dicke Pump-Grenade. Na, wie stehen die Prozente jetzt? Ich will, dass ihr bitte einmal die Prozente aktualisiert. Was für fünf Prozent max. Aber hier, Knospe mit den 13%. Knospe auf der richtigen Seite. Oh, noch ein Riff. Oh, da ist ein laufender Busch. Was macht der denn? Oh. Schieß doch. Schieß doch, du Feigling. Oh, 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 oh. Okay, jetzt wollen sie es aber von mir. Jetzt wollen sie es aber von mir wissen. Aber richtig. Habt ihr gesehen, wie gut ich gebaut habe? Schlafen geschickt. Gute Treppe von dir. Mann, die Treppe war krass, Chad. Seid ruhig. Guck mal, wie krass diese Treppe hier war. Ich hätte von hier so rüberspringen können. Wisst ihr, dafür war die da. Jetzt zeige ich euch einen Trick. Hab ich gelernt. Pass auf. Jetzt wird es nämlich krass. Na, hat nicht funktioniert hier. Na gut. Okay, hier aber Trick nochmal. Oh, guck mal. Und so konnte ich einfach hier hochsliden. Oh, okay. Bauen. Bauen. Ja, kein Problem. Wo ist der Atze, der auf mich geschossen hat? Oben auf der Insel. Ja, ja, da oben ist einer auf jeden Fall. Hier ist, glaube ich, jemand. Hier ist, glaube ich, jemand. Okay, hier ist auf jeden Fall jemand gelandet. Alter, was ist denn das für eine Waffe? Oh, die will ich nicht. Die will ich nicht. Ich will eine andere Waffe. Okay. 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 Oh, okay. Lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Boah, vielleicht die hier. Boah, die könnte ganz, ganz krank werden. Was denn? Okay, Ziel einfach ganz oben auf dem Berg, denke ich. Dann haben wir zwei Fernwaffen. Wir könnten es halt beenden mit der Sniper. Okay, da, da gietet sich jemand, glaube ich, drauf. Da. Okay, von da können die kommen. Von da, wo ich gerade kam. Oder halt durch, über einen Rift. Ah, da hinten. Ja, vielleicht bin ich tot, wenn es in den Nahkampf geht. Aber dann lasse ich es halt einfach nicht zum Nahkampf kommen. Hm. Ab. Ja, ja, wie ihr jetzt alle angekrochen kommt. Ja, ja. Bloß ruhig sein. Bloß ruhig sein. Allesamt. Gar nicht so schlechtes Aim. Frechdachs. Oh, nur noch. Eins, eins gegen eins. Eins gegen eins. Oh, cool. Was ist das? 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 Hör auf damit! Sag mal, was das ist! Komm. Nein, 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 nein. Ich bin einfach runtergefallen. Beruhigt euch. Hör mal. Zweites Leben. Noch eins weiter runter. Ach du Kacke. Er muss ja moving. Okay, guter Hit. Da ist der. Da ist der. Er hat sich nicht mehr bewegt. Ja. Ungläubig. Ihr wart alle ungläubig. Und ich habe am Ende gespielt wie der letzte Vollidiot. Bin einfach runtergefallen. Geil. Yoga. Der letzte Gegner hat einfach gemerkt, wie überlegen ich ihm bin. Deswegen. Deswegen.